Herzlich Willkommen zurück zu der nächsten Folge Left 4 Dead mit EPIK. Hallo. Und das geht wieder direkt los. Ups. Na gut. Am besten Tür aufmachen und nicht schließen. Naja. Das Dach wird jetzt ein bisschen schwerer als das, was wir gerade haben. Das war ja noch Pillepalle. Mal gucken. Ich weiss es. Jetzt kommt was ganz schlimmes. Also letztens, als ich im Versus Moda... Als ich im Multiplayer gezückt habe, kamen da zwei bis drei Tanks immer. Okay. Also das wird dort eine harte Nuss. Hier sind Pillen. Hier sind Pillen. Ja, die brauche ich. Könnte ich gebrauchen. Immer schon halt durchgucken. Könnte ja sein, dass hier irgendwo was geht. Ja. Also ich habe volles Inventar. Tito. Ja dann auch. Können wir das eh nicht mitnehmen. Ecken checken, mein Freund. Boomer. Boomer. Aua. Ah, hier geht's hoch. Hier saß letztens ne Witch. Hier hinten. Der hat mich angegriffen, als ich die Leiter hochgehen wollte. Okay. Wie die Bitch. Okay gut, ich werfe zuerst die Rohrbombe, nicht die Zombies abschießen. Die sollen ja alle in die Rohrbombe laufen. Ja. So, wir können jetzt schon mal anfangen, da hinten lang zu laufen. Weil wir müssen hier hin. Ah, Hilfe. Was los? Ja, zu viele Zombies ne da. Hinter die Achtung. Halt das Ding woanders. Noch nicht, äh, Dings da. Den, dort rangehen. Obwohl rangehen kann man schon mal. Aber das zweite Mal drücken, wenn nicht so stark. Okay. Ich verarzt nämlich mal kurz. Obwohl bei mir lohnt es sich noch nicht. Ja, bei mir schon. Ja. Nimm dir schon mal das zweite Mal. So, nimm mal die Fässer. Und lass mal die Fässer hier draußen platzieren. Weil die werden wir brauchen hier draußen. Ja. Ich mach ab, Molly. Hä? Ich lege da an so einen Molotow hin. Äh, wie bist denn du da hochgekommen? Da ist so ne Treppe da an der Seite. Also innen drinne. Innen drinne. Ja, da ist ne Treppe. Naja. Ja. Ich würde sagen, wir gehen beide hoch, oder? Ja, na klar. Äh, du bleibst am Geschütz und ich beschütze dich von außen. Okay. Dann gehe ich mal anfordern, würde ich sagen. Aber ich, äh, schieß auf die, äh, warte. Benzinkanister. Hier müssen irgendwo Benzinkanister liegen. Ja, schießt du auf die, ich kann nicht auf die schießen. Wir sind aber keine Benzinkanister. Wir müssen die Benzinkanister haben. Ja, hier. Ja, das sind nur die, äh, Tanks. Wir brauchen ja die Benzinkanister, damit die Viecher fackeln. Wie lange kann ich eigentlich schießen mit dem Ding? So lange, bis du siehst, dass es richtig rot wird. Naja. What the fuck, wo sind diese Benzinkanister? Die sind voll wichtig. Ach, hier können wir nochmal hoch. Äh, lass doch lieber hier hoch. Weil da müssen wir nur die Treppe ab, äh, löp. Nee, komm auch von hinten. Ja, aber die krabbeln doch nicht hier hoch. Doch. Guck mal, wo ich bin. Da kann ich einen Smoker wegziehen. Und das ist ganz easy. Ach so, ja, stimmt. Okay, gut. Ich finde die Benzinkanister nicht all so scheiße. Ja, johle. Wir müssen jetzt 15 Minuten durchhalten. 15 Minuten? Jo. Können wir irgendwo Munition? Nee, ne? Da unten. Der Spaß kann beginnen. Äh. Lasset die Spiele beginnen. Hunter. Oh, fuck. Boomer. Boomer. Okay, der Boomer ist unten. Wow, ich war einfach mal auf dem Boomer gerade drauf. Okay. Oh, shit. Oh, jetzt hat er mich. Ich bin jetzt unten. Ja, ich bin zu unten. Den Eingang. Falls ein Peng kommt, dann sehe ich ihn. Aber da ist ein Smoker. Also... Ah. Okay, die erste Welle scheint gleich vorbei zu sein. Oh, Boomer. Danke, dass du mich heilen tust. Okay. Jetzt müsste ein Tank kommen. Und da ist er er schon. Ich höre ihn. Pass auf, von wo kommt er? Hinter uns. Wo ist er? Nehm uns! Geh weg, Puppengeschütz! Ich muss nachladen, Digga. Ja, ich auch. Der hat mich. In der Ecke. Tank down, tank down. Ich muss mich verarztet. Ich muss mich verarztet. Verarztet dich mal, Digga. Lade nach! Ja. Sind unten noch ein paar? Äh. Ja, aber ich muss ihn gut halten. Ja. Oh, okay. Kommi sind mit. Dau. auch der kaum kann ich nicht schießen scheiß auf das stationäre wir müssen ja ich rennen wir müssen ja ich mega retten da kommt was ist das ich mache jetzt hier vergiss nicht ob du ja weißt ja ja haben wir kurz die muni gegönnt ja wo ist denn die muni unten bei dir Oh mein Gott, da Ach komm schau an Boomer irgendwo Stop, oben Tank Draußen Tank Jop Wo ist, wo der angekostet Scheiß drauf, auf den Tank Ansonsten fickt er uns gleich weg Der klemmte Fenster fest Schieß auf ihn Du gestorchst Gut, Tank down, Tank down Bei mir Ok, jetzt kommt gleich der Heli Jetzt müssen wir gleich rennen Ok Rennen, 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 rennen Guck mal, alle haben überlebt Guck mal, alle haben überlebt Oh, das letzte Incoming Oh shit Und Tank Schnell rein, rein, rein Ich wurde gezogen Nein Wartet auf mich Nein Wartet auf mich Nein Nein Boah Boah Ich bin echt da Oh Ich hab's zu Oh, okay Flieg, flieg Scheiß drauf Ich hab's nicht mehr Der Tank Der hat mich Oh, nee Der hat mich Komm rein Ja, ich bin runtergekommen Oh nein Wieso Tank down Tank down Ok, gut Sie wird geholfen Ja, der hat aufgehört Ja, der hat aufgehört Los Ja, los Da kommt der nächste Tank Oh nein Scheiß auf Bill Bist du drin? Ja, okay Ich sag ja, das Ende hier ist ein bisschen kritisch, ey Oh ja Ging aber noch Ja Obwohl's auch normal ist, ne Geht Aber wie viele Tanks da jetzt ankamen, war Oh Naja Zu bedanken an Bill No mercy Was, wir haben eine Stunde gezockt? Was? Krass Das ist ja mal echt krass Ja, verbraucht das Verbandszeug, wir beide natürlich am meisten Oh, ich nur zwei Schmerzmittel Molotovs Just, hab ich am meisten Ja Oh, Hunter 13 Boomer Oh, du Elfsmoker, ich 8 Ha, ich habe am meisten getötete Zombies hier Und am wenigsten Schaden Schlusgenauigkeit Ach, ha, ha 18% Du 26 Naja 1725 Zombies wurden bei dieser Filmproduktion verletzt Jutte Leute Ich würde sagen Wenn ihr Nummero 2 sehen wollt Also die nächste Äh Nächstes Kapitel sozusagen Äh Ja, dann schaut du Das nächste Mal wieder rein Macht's gut Macht's gut Tschau Tschüss w Sch r wo Vielen Dank.